Was bewegt den Verfasser von Bühnenwerken? Was treibt ihn an? Tauchen wir ein in die spannende Welt eines Autors, besuchen wir Herrn Rüdiger Baumann. Herr Baumann, der Schauhaufen, eine Kulmbacher Theatergruppe, ist 15 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass haben Sie ein Stück von Johann Nestreu bearbeitet und quasi neu verfasst. Was verbindet Sie mit diesem Autor? Das erste Stück vom Schauhaufen war halt auch schon von dem. Das war die burleske Häuptling-Abendwind, nicht wahr? Zum Jubiläum soll es also wieder ein Werk dieses Urhebers sein? Ja. Sie haben das Mädel aus der Vorstadt ausgewählt. Warum gerade das? Weil es halt ganz schön blöd ist und da habe ich gedacht, da kann ich nicht viel kaputt machen. Das Original ist im Wiener Dialekt verfasst. Sie haben es ins Fränkische verlegt. Warum? Na, ich spiele halt selber Miet und ich bin halt... Wir wollen nicht allzu viel von der Geschichte verraten, aber der Herr Giegel war unsterblich verliebt in die Frau von Erbsenstein. Aber kurz vor der Hochzeit hat sich sein Herz der armen Stickerin Tegler zugewendet. Das Interessante an Ihrer Fassung, Herr Baumann, ist, dass beide Frauenfiguren von derselben Schauspielerin gespielt werden. Dürfte der Zuschauer das als verdeckten Hinweis darauf verstehen, dass wir nach einem immer perfekteren Partner suchen, aber Gefangene sind einer individuellen Idealvorstellung und letztlich immer wieder kehren zurück zu einem Ausgangspunkt. Na, ich spiele halt so einen Haufen mit und ich wollte Rolle einsparen. Die Garderobe ist so klar. Hat sie an dem Stoff das Missverhältnis interessiert zwischen der gelangweilten und desillusionierten Welt der Reichen und dem Leben der ärmeren Menschen, der Unterschicht, die geprägt ist von Arbeit und Hoffnung? Na. Ja, dann war es bestimmt die kriminalistische Seitengeschichte, in der der undurchsichtige Herr von Kautz die Fäden zu ziehen versucht. Na. Nestroy saß sogar schon einmal im Gefängnis wegen seiner Stehgreifeinlagen. Er nahm gerne das aktuelle Tagesgeschehen aufs Korn, Politik und Gesellschaft. Heute darf auf der Bühne jeder alles sagen. Macht Sie das als Autor freier? Na ja, freilich Zensur, das wäre nix. Wenn nun aber einer Ihrer Darsteller oder Darstellerinnen doch einmal eine eigene Meinung... Na also, dann kriegt er Angst auf die Gorschen. Danke für dieses aufschlussreiche Interview. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf das Madler aus dem Hinterhaus nach Johann Nestroys Mädel aus der Vorstadt. Zu sehen ist es im Theater Das Baumann in Kölnbach.